Ja, customizen kannst. Tja, ich mach' ich geil für, dass man darauf zocken kann, auf den nächsten Computer da. Erstmal während der Fahrt zocken, Digga, wir haben Auto. Warte, wo müssen wir hin? Äh... Gibt's die Scheiß? Ah, nee, komm, die Seite. Wo willst du mir immer wieder angerufen? Ich will meine Fähigkeiten haben. Naja, die sind aber auch still. Hallo? Jo. Oha, Lampe. Ja, ich komm zur Tür. Wir wechseln, aber ich werd... In meinem ersten Rund... In meinem ersten Sieg heute hab ich schon drei Siege. Oha. Hoffentlich wird das hier der vierte. Weil alle guten Dinge sind fünf. Ja, aber sowas von... Bei mir wär's dann der... Zweite in der Season überhaupt. Neunziger. Hab ihn. Zu zocken. Alter, was geht denn hier ab? Äh, um einmal... Tilted geworden. Digger, der wär im Rebooten. Hehehe, Digger. Alter. Was geht hier ab? Junge. Da vorne ist noch einer, Alter. Und da ist Brenter. Ja, Moin, einfach einen. Einfach eiskalt geholt. Nein. Einfach drei Kills mehr. Ich denke mir so, why not, ne? Aber die zählen nicht als Kills, die hat man nur dann... Die stehen nur da, dass man die genugt hat. Ne, das zählt als Kills. Da stand wirklich, ich hab drei Kills mehr gemacht. Oho. Oho. Ja, Moin, Digga. Ippisches Skull, Digga. Richtig random, einfach. Dann nehme ich deine blaue. Ja. Besser als eine grüne, glaub ich. Glaub ich. Hä? Ah, ich seh ihn. Scheiße, Digga, der Teilgrund des Todes. Der sieht, Junge, ist einfach... Ich bin einfach ein Geist, aber als unsichtbar, Digga. Hm. Wenn der sich jetzt verpisst, ist der echt krass aus. Ja, komm, schieß halt auf mich. Wie siehst du mich? Hab ihn. Ich durchsuche ihn. Ich verfolge den anderen. Jo. Ah, da unten. Ach, Junge, komme. Wehe, der hat jetzt noch zwei HP oder so. Oh. Wenn er jetzt noch zwei HP hat, ich fasse aus. Weder als Kurs, sondern weh, Digga. Scheiße. Ab ihn. Ach, du Scheiße. Ich wurde eben noch mit so einem Sniper AR-Dinge weglasert. Ja, ich habe ihn mit Pistol fast geholt. Also, noch kriege ich den Rocket Launcher. Ich mach wieder Ibi. Ich springe immer hoch und töte direkt alle mit einer One. Die müssen jetzt auch nach zehn Jahren mal tot. Digga, wir hätten das geschafft, länger zu überleben. Ja, Mann. Ja, Mann. Fuck. Oh, F*** mein... Oh, nee. Digga, nein. Ich habe kein Mad Kid mehr. Ja, ist okay, Digi. Zünd halt. Ach, du Kacke, Digga. Ich habe Konfit. Ich muss... Ich muss... Ich muss... Ich muss zwanzigmal in Befläche gehen. Digga, was ein Schmutz. Aber wenigstens krieg ich... Ich muss... Ich muss auf die Konformation oder wie es heißt. Bei uns gibt es nur Jugendweiher. Im Osten. Sauf doch den Mini, du Fotze. Digga. Digga, das ist einfach Scoped AR. Die kommen nicht durchrasiert. Ich habe nicht mehr eure Karten. Ich meine, die sind auch Autostore, Digga. Scheiße. Ja, Moin. Ja, Moin. Ja, Moin. Einfach seine Kisten, Digga. Ja, Digga. Seit wann sind hier Kisten? Einmal eine Farmers. Oh, Moin. Ich habe vorhin zu drei Stars oder so. Also wenn einer Kiste hat, zwei Stars. Das sind vorhin zwei Stars in einer Kiste, Digga. Ja, sowas von. Ah, ist noch eine Truhe, Digga, random. Ich habe auch letztens aus Geils gesehen. Was? Der hat einfach den geilsten... Der hat einfach den geilsten Hack, Ego West. Was für ein Hack? Der konnte einfach bestimmen, was in der Kiste ist mit dem Hack. Das Opfer ausgezeckt. Ja. Zu mir. Ich gucke ja gerade hier auf der Karte, aber ich sehe nichts. Absolut nicht. Ich sehe nichts. Ich sehe ja auch nichts. Ich störe Gegnerische Gewöle, Digga. Ich störe, Digga. Alter, was? Ich störe. Ich störe. Ich störe. Ich störe. Ich störe. Ich störe. Alter, erst weit. Ich störe. 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 Einfach 50. Einfach 50 base damage. Digga, warm mal. Was ist denn die letzten drei? Digga, das... Oh mein Gott. Knall sie weg. Knall sie weg. Boah, da ist die Pause frün. Zwei Kumpels von mir kommen in die Gruppe rein. Ich habe gerade so einen epischen Ziel gemacht. Und schreie so, ja, geht mir. Das hat uns. Ja, und diese Ei, aber ich komme ruhig. Alter. Oh mein Gott, wenn ich das gewinne. Digga, dann möchte ich hier 8 Millionen Euro sehen In der Tat Von YouTube, Digga Da oben ist das letzte Ding zum Offsummern Ah, ich seh nicht den, der hat so ne scheiß Baba Posi Digga, der verarscht mich Ja, come on Baba Posi, is da Ja, lass dir einfach Munitionen, der Baller Ja, scheiße Ich hasse diese Minigand, wenn ich Gegner sie hab Same Aber wenn du die Cent hast, ist das einfach das Geilste, was für ihr Bestes Ist so Komm, die mythische Gibt's die mythisch? Stimmt, ja, kann man den Upgrade Wenn du genug von diesen Ding hast Waren mal Waren mal Ist der hoch? Da ist einfach runtergesprungen Ich bleib immer in der Zone Scheiße, 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 scheiße Komm, du holst den Du bist der Allerächte Ossi, bist nicht du, wenn du Hunger bist Okay, klar Ich schwöre, mein erster Win mit über 10 Kids in der Season 11 Kids im Stream Alter, das wird sowas von als Video kommen, Digga Nö, 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 nö Ich schwöre, mein erster Win, nö, 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 nö